Musik Äh, stopp, warte mal. Nee, das wird jetzt ein bisschen zu imposant. Das wirkt ein bisschen zu übertrieben. Warte mal, das müssen wir nochmal. Ich spule nochmal eben zurück und dann fangen wir nochmal von vorn an. Warte. Die Musik passt doch gerade so zum Produktplacement. Und wenn sie jetzt zuschlagen, dann kriegen sie das Video Schwitzen mit Reflex gratis dazu. So, ähm, dann kommen wir wieder zum Thema, was ich euch zeigen wollte. Und zwar, ähm, unglaublich aber wahr und damit erstmal herzlich willkommen an dem schönen Silvester. Abend. Hünnchen! Haa! Huuu! Let's play live show. Ja! Alter, was war das denn bitte? Der hat da voll den Cliffhanger gemacht. Alter, was ist das denn? Anzünden und dann geht's los. Tischweuerwerk. Yeeey! Huuu! Huuu! Eeeey! Huch! Was war denn da drin gewesen? Ich weiß gar nicht, wo die Sachen hingeflogen sind. Sich... Ihn erstmal da... Äh! Da... Alter! Äh! Fleißige Treterei hier. Aua! Aua! Nicht ins Gesicht! Aua! Nicht in die Beine! Aua! Aua! Geh weg! Geh weg! Oh, das war fies! Inge? Alle pinkeln in die Rinne. Nur nicht Inge, die sitzt drinne. Hä? Geh weg! Geh weg! Was? Wen nennen wir denn eigentlich die Katze? Haben wir für die Katze eigentlich schon einen Namen ausgesucht? Katze. Musi. Musi oder Muschi? Muschi? Die Katze nennen wir Muschi. Hm? Iiii! Iiii! Was ist das denn? Iiii! Voll der Gabberklaus! Boah, du bist voll die Heldin, weißt du? Im Sport nicht aufgepasst und in der Schule sowieso nicht. Sagt gerade noch, vielleicht ist es blind. Aber den Leiter runter treten, das kann sie. Das- Nööö! Das kennen wir ja, das haben wir ja, das Foto haben wir geschossen. Wie Victoria ja den Farbeimer, Farbeimer, genau, Farbeimer. Äh. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Flaschen suchen. Ja, herzlich willkommen zum Let's Play Flaschen suchen. Tja, falls ihr schon mehr gesehen habt, wie ich dann bitte in den Chat reinschreiben. Denn ich bin total blind irgendwie. Ich sehe hier nicht eine einzige Flasche. Außer die rechts oben im Bild sitzt. Mit dem orangenen Shirt. Entschuldigung. Habt ihr das gesehen? Achtung. Das ist übrigens Schleichen. Ja. Das ist... Da sitzt doch einer, oder? Ich finde das voll geil. Die geht kaum noch einen Zentimeter. Läuft aber so, als wenn sie ganz gemütlich geht. Och ja, och ja. Wo holt ihr die ganzen Leuchtstäbe her? Franzi, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Ich sag nur, äh, Lichtschwert. Laser und Licht, ne? Warum ist das Schwert denn nur einen Meter lang? Aber hier oben liegt doch die Taschenlampe. Wieso klettert sie denn nicht da rauf? Ich verstehe es nicht, ehrlich. Hol deine Lampe. Ja. Ich hab ne Lampe. Zu Hause. Und jetzt holt sie sich wahrscheinlich die Taschenlampe, ne? Oder? Da oben liegt die Tasche. Wieso holt sie sich denn nicht die Taschenlampe? Ich verstehe es nicht. Da oben liegt sie. Da oben drauf hat sie sie verloren. Die braucht wahrscheinlich erst eine Leiter. Hier, wahrscheinlich den Kran. Da sucht sie jetzt wahrscheinlich die Steuerung und dann, äh, äh, angelt sie sich dann damit wahrscheinlich die Taschenlampe, die sie verloren hat. Sie hat gerade eindrucksvoll bewiesen, wie man die Taschenlampe verlieren kann und hat dann auf einmal, ja, mir nichts, hier nichts, einfach mal Leuchtstäbe gezaubert, wovon sie unendlich in der Tasche hat. Ich weiß nicht, wo sie sie hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, der wird ein bisschen stinking gerade, der Kettensägen Heinz. Jetzt geht's zur Sache. Marmeladensauce überall. Ah, okay, der kommt gerade aus dem Sadomasos-Club. Ja, deswegen sieht der auch im Gesicht so aus. Oben neben dem Kronleuchter, komm. Das ist so geil. Ohne Scheiße, what for fun. Jawoll. Uäh. Gehe ich schon wieder so hohl, dass ich wieder was nicht sehe? Ich gehe wieder nach Hause. Tschüss, macht's gut, ciao. La 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 la. Ah, stimmt. Hast du recht gehabt. Hab ich total verplant, aber... Warte mal, wo hatten wir denn als letztes gespeichert? Ach, das Leben ist schön. Ja, I'm high. Ja. Da, seid ihr noch alle da? Noch alle wach oder schon eingeschlafen vorm Bildschirm? Schön, dass ihr da seid. Hey, neuen Zuschauer. Vielen Dank an alle, die da sind. Oder alle, die vielleicht noch wach sind. Die nicht vorm Bildschirm eingeschlafen sind. Oh, Entschuldigung. Aua. Das Lied hätten die einfach einbauen sollen in ein Spiel. Das passt voll. Wie geil ist... Ey, 47 Zuschauer, seid ihr denn wahnsinnig? Was a boy, my mother, all do, sing to me, get married. Wir können fliehen. Wir können fliehen. Ja. Ja. Wir können fliehen. Es ist Tag hell und wir fliehen. Nie wieder Mount Massif. Spricht nicht mit dem... Ich will jetzt da ausreden. Spricht nicht mit dem Stream. Geht nicht auf deine Tage ein. Äh, spiel scheiße. Dann hast du 1000 Zuschauer, 1000 Follower. Und in den Kommentaren nur Zeitmöpse. Ja, ja. Aber das krasse ist, ich habe schon eine gesehen, die hat Battlefield 4 gespielt. Und die war wirklich nochmal angezogen. Die hat es unerhaltet. Die hat es wirklich richtig korrekt gegeben. Und dann waren die ganzen kleinen Kinder... Ganz kurz für die Leute im Stream. Möpse, wir reden über Hunde. Ich weiß, ich habe das Wort gerade ein bisschen oft verwendet. Aber das macht mich ärgerlich. Wenn Leute wie Flexi nicht die Anerkennung bekommen, die sind fertig. Oh, Marana. Ich kann auch meine Möpse zeigen. Hallo? Also meine Hunde. Pitch, patsch, 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 patsch. When I was a boy, my mother all do, sing to me, get married. Gott sei Dank. Pitch, patsch, patsch. Alter. Alter. Du. Mist, Sau. Geh weg. Geh weg. Alter. Du. Du Kacksau. Geh weg. Ich hasse mich. Geh weg. Geh weg. Lass mich hier. Warum komme ich nicht hier durch? Alter. Scheiß, die Tür ist zu. Was? Fick dich. Fick. Was? Fick dich. Was? Fick dich, der große Tod, der große Gleichmacher. Fick dich. Ich komme mich nicht wehren. Ich hatte das Buch in der Hand. Fick dich, scheiß Oma. Ich hasse dich. Alter, fick dich, der Tod, der große Gleichmacher. Alter, was soll... Hallo? Slenderwald. Oh, Slenderwald. The Exit to the End. Where is it, Sarah? The Exit to the End. Where is it, Sarah? Where is it? Huh. Keine Seiten, das ist aber echt merkwürdig. Huh. Alter. Huh. 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 Was ist das denn? Wieso geht die Musik auf... Was? Wieso ist die Soundkulisse auf einmal weg? Da haben sie wahrscheinlich keinen Pfeil mehr gehabt, deswegen haben sie es einfach beendet. Warte mal, Bilder habe ich gar nicht. Können wir jetzt ein Bild machen? Warte mal, können wir ein Bild machen? Warte. 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 Badebandel anziehen müssen, passt zur Wattstraße. Warte. 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 Oh mein Gott, willkommen zur Elbe. Was? Bananenzeit, Bananenzeit. Bald ist es soweit. Wenn die Banane kommt und was nen Sack bei hat, ist Bananenzeit. Was? Was? Verspura? Ne. Was steht denn da hinten rum, der Typ? Wieso kommt er nicht hin? Ah, jetzt kommt er. Ja. Der Affenkopf. So. Ähm. Wie sind keine Frauen da? Drecks hast du das? Ey, wir haben genug Frauen. Ja. Eskalaciones. Eskalaciones. Ah, si. Ah. Auf Spanisch, auf Spanisch hört sich irgendwie alles cooler. Also mit so einem spanischen Akzent. Eskalaciones. Si. Da machst du halt ein Extra. Eskalaciones. Ich begrüße. Ich bin der Tacoman. Ich bin Tacoman und spieler Outlast. Und habe Outlast durchgespielt. In Unterner Spunde. Deuer Fachberater. Deuer Fachberater. Flexguildo. Ich kann mich nicht so rein. Flexguildo ist immer noch, ey. Freunde, die Frage beantwortest du nicht gerade mal was lustiges sagen. Ja. Was denn? Joe Husky war früher ein Streamzuschauer von mir. Ist schon ein bisschen her. Ja. Dann war irgendwann ein Looper Streamzuschauer bei mir. Okay. Ist jetzt nicht so weit her. So. Letztens war ich bei der Looper in einer Party. Okay. In einem anderen. Okay. Was diese andere aber nicht wusste, war dass ich der Herman Hanbrot bin. Okay. Und was ich nicht wusste ist, dass er, Joe Husky, ist mein Streamzuschauer. Das finden wir jetzt gerade im Chat raus. Das ist auch geil. Geil. Hunter irgendwie. Geil. 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 genug Leute, die Spinner sind. Es gibt genug Leute, die Idioten sind und die die coolsten sein wollen. Das... Aber das will ich nicht sein. Das will ich nicht sein, weil... Ich mag es auch mal auf die Schnauze zu fallen. So wie ich es jetzt salopp daher sage. Ich mag es auch mal auf die Schnauze zu fallen. Aber... Ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß... Oh, das klingt jetzt ein bisschen... Oh, jetzt lobt er sich aber selber. Ähm, nein. Ich weiß, dass ich Kraft habe, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, wieder aufzustehen. Flexi, du kannst es sehen. Ich will sehen, wie du vom Stuhl fällst. Warte. Klar, Moment. Haha. Ich kann mir in meinem Stuhl nämlich liegen. Ich kaufe mir das Game. Jetzt auch. Ja, viel Spaß. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich meine, ey. Was mein Husten? Ich mach lieber schnell wieder Lieber schnell wieder die Tür zu Aber wenn wir nicht zurückkommen Wo müssen wir Oh nein Geht hier Licht an? Scheiße Ich will hier gar nicht sein Oh wie geil das aussieht Wie so ein Sternenhimmel 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 Ich seh' nur um mich selbst zu beruhigen Scheiße scheiße ist ne Sackgasse Scheiße Nein 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 Geh weg 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 Ich guck die nicht an Es ist genau da Ich weiß es genau Ich weiß es genau Es ist genau da Man hör auf Darum zu hampeln Komm ich jetzt hier wieder zurück Oder wie ist das? Wirst du hässlich Alter! Geh weg! Knubbelklaus, geh weg! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Er ist da! Er ist da! Ich weiß, er ist da! Geh weg! Er ist in den Tons! Nein! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hier kurz die Hand reingesteckt. Das hat er glaube ich nicht gespeichert. Das werde ich jetzt nochmal tun. Ich werde nochmal direkt losfisten. Huch! Falsche Taste. Ich war noch bei The Crew. Entschuldigung. So. Erstmal Foto gemacht. Mann ist das eine rasante Fahrt. Was? Spannung? Was? Gleis blockiert? Was? Wie bin ich? Ach du Scheiße. Werde ich da mal gar nicht hingefahren. Aktivierung. Oh Telefon. Muss mal eben rangehen. Warte mal. Moment. Ja, ja, ich komme schon. Moment, Moment. Ja, 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 ja. Klar, Moment. Ich komme. Ich komme. Moment. Simon. Simon, bist du da? Mhm. Katharine, bist du da? Ich bin auf meinem Weg. Aber dann ist das Schuttle-Train. Es rief. Bist du gut? Das System sagt, dass die Strecke ist für eine gespeichung. Nein. Ich bin nicht gut. Was passiert in der Welt? Warum sind wir in der Wasser? Nein. Nein. Du bist wirklich aus dem Platz, oder? Schau. 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 Ich verstehe, du bist verwirrt. Aber du bist so nah an Landau. Wenn du einfach gehen kannst. Wie nah? Kann ich da gehen? Ja. Aber der Tunnel ist verlinkt, um die gesamte Struktur zu verlassen. Was du musst finden, ist deine Strecke. Es wird außerhalb. Strecke. Strecke. Kein Problem. Was ist das? Was passiert da? Ich muss gehen. Bis bald. Bis bald. Verdammt. Oh nein, bitte nicht. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Mhm. Ah! Alter! Oh Gott! 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 Ich trau mich nicht, da irgendwas zu machen, ey. Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Oh! Ich wusste es! Ah! Alter Schwede! Uhhh! Uhuu! Uhu! Uhhh! 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 Ranzig halt, ne? Ranzig, franzig. Ranziges Fleisch und sowas sind die hier hoch. Sind so verranzt. Sterb du, du Kattenalverdrehen! Haha! Hey, ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir in gegnerische Teams kommen. Dann kann ich dir dein Haarha aus dem Gesicht... Schüttel dein Haar für mich! Schönes Mädchen! Schüttel dein Haar für mich! Was? Klang gerade nach einem Techno-Beat. LPLS Flexi! Wach auf, LPLS Flexi! Du träumst! Okay, machen wir. So, der harte Knastalltag fängt an. Ja, endlich. Nach Tour. So, Morgenappell. Lieber LPLS Flexi, willkommen im Center Perks, dem komfortabelsten minimalistischen Gefängnisses des Landes. Im Namen aller Mitarbeiter wünschen wir dir einen schönen, erholsamen Aufenthalt. Sollte das kostenlose Kabelfernsehen zu langweilig werden, freuen wir uns dir in unserer Einrichtung viele andere ansprechende Aktivitäten bieten zu können. Ne, freundlichen Grüßen, blablabla, so. Guck mal, Franzi, mit dem Schnuller. Chiller-Killer ist der Tobi, guck mal. So, Morgenappell, Alter. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? So. Jemand. So, Arbeitspensum erreicht. LPLS Group in Prison. Ja. So, ähm... Wir haben noch ein paar Sachen, die werde ich gerne nochmal verstecken. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Metallblich und... ...den Draht. Werden wir nochmal ein bisschen trainieren gehen. Hier Sprint. Was, weil, da bin ich mir sicher. Warte mal, ich schau mal eben. Äh, Entferdeplastik-Gabel von Centuri steht hier. Und Looper will, dass du Grohelix verprügelt. Dann machen wir das doch gleich mal. Hoi! Uh, Flexi! Mach ich. Grohelix wird gleich verprügelt. Entschuldigung, es tut mir leid. Ist, ich muss es machen. So, können wir noch ein bisschen hier trainieren. Bisschen, ich meine, so ein Wechsel, so ein bisschen Laufbahn, ein bisschen... Hüff, Stemmel! Grohelix, den... Alter, den Grohelix werde ich jetzt so vermöbeln. Alter, der kriegt jetzt richtig. LOL. Ich könnte dein Freund sein. Gefällt dir? Das war's vom Teufel, Kumpel. Alter, wo ist... Alter, ich sehe nichts. Hilfe, Hilfe. Da ist Grohelix. Abendessen. Grohelix! Du leegst dich nieder! Hallo, ich habe Krolix erledigt. Hallo? Wieso kriege ich kein Geld? So, bei wem kann ich denn was kaufen? Ah, hier. Ein lila Magazin verkauft Chiller-Killer. Stufenleiter? Ein Klebschef ohne Taschenlampe? Natürlich. Warum denn nicht? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So. La 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 la. Ich suche noch jemanden, der mir was verkauft, aber irgendwie finde ich hier gerade keinen. La 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 la. Kauft das Magazin! Ähm, okay. Wenn ich ihn mal gerade wiederfinde. Wir können fliehen. Wir können fliehen. Ja. Ja. Wir können fliehen. Es ist Taghell und wir fliehen. Nie wieder Mount Massive. Nie wieder. Diese Hölle. Jawohl. Oh mein Gott. Nie wieder. Anzünden und dann geht's los. Tischfeuerwerk. Yeah! Uh! Ey! Huch! Was war denn da drin gewesen? Ich weiß gar nicht, wo die Sachen hingeflogen sind. Oh nein! Chloe! Ich habe nur einen Mann geschaut. Und seinen Hund. Ich töte Frank Bowers. Danke für den Follower, Alex. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Frank ist wirklich tot. Da hat eure Sonne recht. Bin ich ganz ehrlich. Das ist es. Good girl. Let's get out of here. Sorry, Frank. I'm sorry. Ja, das kann ja heiter werden. Was machen die hier? Wow. Okay, ciao. Dann fahre ich mal hier lang. Und gucke mal hier, ob wir hier vielleicht irgendwie was entdecken. Okay. Der Titel ist sehr, sehr groß. Sehr groß, auf jeden Fall. Das ist... Also, ein paar Infos bräuchten wir schon. Ob das ein Parkplatz ist, ob das ein Straßenrand ist. Ist auf jeden Fall ein Parkplatz. Okay. Oh, gut. Ich glaube, dann weiß ich wo. René, René... René fährt mir erstmal hinterher. Ja, fahr du mal. Ciao. Ich weiß, wo der, glaube ich, steht. Ich werde es dir nicht verraten. Ein Auto. Ein Auto, toll. Das ist geil. Kann auch ein... Ein PC gewesen sein. Bis dann wieder. Bis dann wieder. Ja, da... Da bin ich dann auch. Und, ähm... Ja, Glückwunsch erstmal dazu, dass du es bis hierhin geschafft hast. Dass du dir das Video angeschaut hast. Und, ähm... Ja, ich weiß gar nicht, was ich... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ich sagen soll. Eigentlich, eigentlich möchte ich mich erstmal recht herzlich dafür bedanken, dass du das Video gesehen hast. Also, vielen lieben Dank. Und natürlich auch vielen lieben Dank an all die Leute, die, äh, immer im Stream dabei sind. Vielen lieben Dank für die wunderschöne Zeit mit euch. Und natürlich, es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ja, wenn das Video erscheint, dann wird es wahrscheinlich schon raus sein. Es gibt momentan eine längere Stream-Pause. Ich kann nicht sagen, wann ich wiederkommen werde. Ich weiß auch noch nicht, wann es weitere Let's Plays hier auf dem Channel gibt. Und lasst euch einfach mal überraschen. Ähm, wir werden uns definitiv wiedersehen. Jetzt gibt es erstmal auf jeden Fall eine längere Pause mit dem Stream. Die brauche ich auch selber. Und, ähm, da dürft ihr mir auch nicht böse sein. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Das definitiv. Nur, ähm, jetzt gibt es, wie gesagt, die kleine Pause. Und, ja, Dankeschön. Danke, danke nochmal für alles. Danke fürs Dasein. Danke fürs Angeschauen. Danke für die Tonne Stream-Zeit. Für, für... Das habe ich jetzt alles in einer halben Stunde gepackt. So fast ein ganzes Jahr über. Und, klar, ein paar Sachen sind nicht dabei. Klar, aber... Und schon viele Sachen, wie gesagt, dabei. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Und, ja, ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Ich bin raus. Tschüss.